Was ist die Experimentelle Untersuchung von Strukturen in verschiedensten Industriezweigen, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, der Flugzeugindustrie oder bei großen Bauwerken, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Ermüdungserscheinungen oder statische Belastungen müssen vor Inbetriebnahme der Strukturen untersucht werden und können mit kompletten Messketten, wie sie von HBM geliefert werden, getestet werden. HBM liefert die Messketten vom Sensor bis zur Software, um Dehnungen zu bestimmen, Kräfte zu messen, Temperaturen zu erfassen und die Daten sicher digital abzuspeichern.